Der letzte, der kaum eine Qualifikation überstanden. So, der ist eigentlich nach dem ersten Durchgang ein wenig unterwert. Aber die mehr Sokrawski, er ist jetzt schon dran. Eigentlich ist er besser. Ja, aber kann es nicht zeigen. Also, es ist wohl die Tendenz nach wie vor gegeben. Wenn Aufend ist, kommt er extrem viel besser zurecht, als wenn es dann etwas ruhiger wird, vielleicht ein bisschen mehr Rücken.